Vielfalt, auch vernichtete Kulturvielfalt, heißt für mich, dass auch der Poet Theodor Kramer 1938 seine Heimat Österreich verlassen musste. Von ihm ist der Text dieses Liedes. Wer läutet draußen an der Tür, kaum dass es sich erhüllt, ich geh schon schützt, der Poet Theodor Kiesemann hingestellt. Wer läutet draußen an der Tür, bleib nur, ich geh mein Kind. Es war ein Wunderfutter an, beim Nachbarn, wer wir sind. Wer läutet draußen an der Tür, lass ruhig die Wanne voll. Die Post war nur, der Brief ist nicht dabei, wer kommen soll. Wer läutet draußen an der Tür, bleib nur die Betten aus. Wer läutet draußen an der Tür, die Fuchschen blühen so nah. Pack liebster mir rein, wusch Zeug ein und wein nicht, sie sind da. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020